Musik Hallöchen! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder ein Cupcake-Rezept. Du siehst sie ja schon hier. Es sind super leckere Zitronen-Cupcakes mit einem Himbeer-Frosting und dazu noch ein paar Fruit-Loops. Wie das Ganze funktioniert und was du dafür brauchst, das siehst du jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir doch gern einen Daumen nach oben da. Vielleicht hast du ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das wäre echt prima. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezepte Welt. Tschüss.